Deutschlands derzeit beste Weitspringerin Malaika Mihambo ist Sportstipendiatin des Jahres 2014. Die Leichtathletin wurde 2013 Junioren-Europameisterin. In diesem Jahr gewann sie mit den Senioren die Team-EM. Für ihre starken Leistungen in Sport und im Studium der Politikwissenschaften fährt die 20-Jährige nun den verdienten Lohn ein. Durch den Sieg verdoppelt sich ihr Stipendium auf 600 Euro monatlich für die nächsten drei Semester. Ich war schon angespannt, weil ich habe mir nicht so viele Hoffnungen gemacht. Ich bin hier einfach mit locker hingefahren, mit einem guten Gefühl. Ich hätte aber trotzdem nicht gerechnet, dass ich dann wirklich hier auch gewinnen kann. Rund 100 von der Deutschen Sporthilfe geförderte Athleten hatten sich beworben. Malaika Mihambo setzte sich gegen die Paralympics-Siegerin im Ski-Alpin Anna Schaffeluber, die WM-Zweite im Judo Laura Vargas-Koch, Hockey-Europameister Leines Batt und den deutschen Meister im Gewichtheben Ingolf Keber durch. Eine Jury hatte die fünf Finalisten nominiert, die sich anschließend im Netz mit selbst gedrehten kurzen Videos bewarben. 2013 hatte die Wahlpremiere gefeiert. Eigentlich eine sehr einfache Philosophie. Diejenigen, die hervorragende Leistungen im Sport bringen und gleichzeitig es schaffen, im Studium sich auch weiterzubilden, finanziell zu unterstützen. Denn sie sind in der Regel nicht von anderen Einnahmequellen begünstigt. Das Förderprogramm Deutsche Bank Sportstipendium unterstützt seit 2012 die rund 300 Sporthilfeathleten, die Spitzensport und Studium als dualen Karriereweg zusammenbringen, mit jeweils 300 Euro im Monat. Die vier anderen Finalisten erhalten für je drei Semester 150 Euro mehr als die reguläre Fördersumme. 300 Euro, das haben uns ganz viele Athleten gesagt. Und das ist faktisch auch so, bei 600 Euro Nettoeinkommen im Schnitt ist es ein elementarer Beitrag, um überhaupt Leistungssport und Ausbildung verbinden zu können. Mehr als 10.000 Sportfans haben im Netz abgestimmt und dabei Malaika Mihambo die meisten Stimmen gegeben. Sie ist damit Nachfolgerin von Martin Hähner. Der Hockey-Olympiasieger und Medizinstudent hatte 2013 die Premiere der Wahl gewonnen. Man muss natürlich sehen, die Sporthilfe sind das Haupteinkommen für uns Sportler. Und 300 Euro mehr im Monat sind halt fast die Monatsmiete. Das ist schon ein ganz erheblicher Teil und hilft uns dabei, unseren Sport so professionell durchzuführen, dass wir nicht neben dem Studium und neben dem Sport auch noch arbeiten gehen müssen. Für Malaika Mihambo steht nach ihrer bislang besten Saison erst einmal etwas Urlaub an. Bevor sie im kommenden Semester, so ist das bei einer dualen Karriere, ihre Bachelorarbeit und die Weltmeisterschaften anpackt. Das sportliche Fernziel ist klar, Olympia 2016 in Rio.